Wir müssen das Ganze sehen. Und wenn wir heute im Angesicht der in der Ukraine stattfindenden Katastrophe, wie ich meine, allzu schnell neue Grenzen ziehen und neue Blöcke bilden, dann müssen wir trotzdem gewahr sein, dass die Erderwärmung ein Problem ist, das nicht an Grenzen Halt macht. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die Versorgung mit Essen, aber auch mit Rohstoffen, zwar bisher relativ erfolgreich an Grenzen Halt machen musste, dies nach meinem Dafürhalten aber zukünftig kaum noch tun wird. Weil die zu erwartenden Migrationsbewegungen alles in den Schatten stellen werden, was wir bisher an Migration erlebt haben. Verteilungskriege, die wir ja bereits heute zwischen den Ländern der sogenannten Ersten Welt und der sogenannten Dritten Welt haben, die wir aber natürlich nicht so benennen, werden zukünftig viel größere Ausmaße annehmen. Und sie werden dabei natürlich auch die Baustoffe, insbesondere auch den leicht zu transportierenden und leicht zu bearbeitenden Baustoff Holz betreffen. Spätestens dann wird klar sein, dass wir nicht genügend Holz auf unserem Planeten zur Verfügung haben, um für alle Menschen ein aus Holz gebautes Stück Heimat zur Verfügung stellen können. Spätestens dann wird klar sein, dass wir nicht so benennen. Spätestens dann wird es noch einmal schön, denn dann ist es noch immer besser, wenn du nicht so benennen will. Vielen Dank.